Ja, okay, gut. Ich hätte wahrscheinlich so eine Ewigkeit auf den Stein erst mal gestartet. So, das würde Kaya jetzt wieder feiern. Einfach nur, weil sämtliche Knochen gebrochen wurden. Ich habe mir jetzt gerade die Frage, wie wir wieder zurückkommen. Ich habe kein Platz mehr. Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, ich will ganz gut machen. Ich muss auf jeden Fall unbedingt aussortieren. Ich habe aber was vergessen, als ich da noch in meiner Siedlung war. Äh, fehle. Das ist ein Fall. Fall. Ich hätte hier mein, 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 mein Fakon von mir mal abrufen, komm. Äh, beißen möchte ich so gegen 19 Uhr. Wenn das für dich in Ordnung ist, mein Schatz. Dann einfach nur Brötchen oder so. Ich komme aber, glaube ich, zwischendurch eh nochmal hoch. Sie müssen kurz vor 19 Uhr an, noch kurz. Die haben noch gar nicht richtig Hallo gesagt. Okay, gut. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Jetzt sage ich nicht mehr ordentlich Hallo. Jetzt hast du sie verscherzt. Jetzt will ich auch nicht mehr. Jetzt will ich auch nicht mehr. In der Gärte. Gibt. Gibt. Oh, stimmt. Jetzt wissen wir. Noch einmal. Ich habe es gleich. Ich habe es gleich. Ich habe es gleich. Ich habe es. Ich habe es. Okay. Oh, er ist bei Föder gerade vorbeigepackt. Ich habe ein Glas voll Dreck. Ich habe ein Glas voll Dreck. Und rass mich, was da drin ist. Ich habe ein Glas voll Dreck. Ich habe ein Glas voll Dreck. Näh, 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 näh. Ich muss mal gucken, ob sie da schon noch diese eine Remix-Version haben. Das wäre cool. Oder vielleicht kann ich die auch selbst zusammenschneiden. Ey, ohne Scheiße. Sieht alles gleich aus. Aber wirklich alles. Ich fühle mich, als wäre ich hier gerade eben das langlaufe. Wie viele Wege wollen sie, dass sie so gleich aussehen? Ey, hopp. Na, der hat eine rote Nase. Okay. Das war's für heute. Oh, so kurz wurde er 45. Ich werde aber gleich auch mal gucken, welches Gebiet nach meiner Liste ankommt. Wenn ich gerade kurz was im Chat geschrieben werden sollte, ich gucke gleich nach. Einmal kurz. Und zwei Schlüssel brauche ich auf jeden Fall noch. Einen. Einen Schlüssel brauche ich noch. Äh, angepinnt. Das war das Buch der Taten. Aufgabengebiete, da ist es. Warte. Geht sofort weiter. Ähm. Okay, nicht Angmar? Würde da nicht eigentlich Angmar kommen? Also gut, Angmar ist ja verbuggt, aber... Können da nicht da noch zwei Gebiete dazwischen kommen? Oder sind die eher... regional? Den Angmar habe ich ja jetzt einfach nur ganz kurz reingeschnuppert. Jan. Jan. Und das ist alles 100er Gebiet. Ich weiß nicht, ich hatte mir jetzt hier irgendwann mal so eine Seite rausgesucht. Auch mit den ganzen... Aber nur wenn du das erste Buch komplett machen willst. Oder kein Muss. Also eigentlich würde ich das erste Buch schon gern komplett machen. Eigentlich, eigentlich. Es würde mich zumindest interessieren. Sagen wir es mal so. Äh, kannst dann aber ab 45 Uhr nach Ereion und dann zu Moria. Okay, danach würde aber wirklich dann Moria kommen. Aber das erste Buch würde mich halt schon mega interessieren. Das ist halt bei mir so... Ne? Ich liebe Herr der Ringe einfach. Ich kann dir noch einen Punkt verteilen. Äh. Sehr viele. Ja, das wurde mir aber auch schon... Schon gesagt. Aber ganz ehrlich, ich hab da gar nicht mal sowas gegen. Also in vielen MMOs stört es mich ja mega. Wenn man dann halt wirklich so die übelsten Laufwege hat. Aber in Lothro, muss ich sagen, stört mich das so gar nicht. Einfach, weil ich die Landschaft noch so mega toll finde. Auch wenn alles grau und grau ist. Braucht noch eine Schlüssel. Gebt mir eine Schlüssel. Ich noch einen scheiß Schlüssel. Aber Angmar soll ja auch wirklich verbuggt sein, oder? Oder ist das unterschiedlich bei manchen? Weil viele meinten, ja, ist mega verbuggt, brauchst gar nicht hin. Und mich juckt es ja trotzdem schon in den Fingern. Von Angmar liest man ja auch immer so viel. Oh, Fiech. Okay, dann finde ich das ein Quest hin. Okay. Ja, mal gucken. Also ich würde schon gerne das erste Buch komplett machen. Okay, da würde ich jetzt nicht hin. Ich habe jetzt einen Schlüssel. War der Fall. Okay, ja. Jetzt sicher. Mach mal. Sehr schön. Was benötigt ihr? Äh. Sie sind gut. Gebt mir einen Augenblick Zeit. Würdet ihr mir bitte einen Augenblick gehört? Jetzt können wir den Plan ausführen. Wenn wir Erfolg haben, werden die Orks und Bilvis übereinander herfallen. Und vielleicht irgendwas Chance zunichte machen, das Bilvisdorf unter Kontrolle zu bringen. Nehmt diesen Sack und steckt die darin enthaltenen Gegenstände in eine feste Stelle im Boden. Achtet darauf, dass der Fall frei steht. Wir müssen sicher gehen, dass die Orks ihn sehen. Wenn ihr das erledigt habt, kehrt sie mir zurück. Mütchen hier. Keine Schlüsse zu meiner Zelle. Verflucht sei Kausha. Verflucht von den dunklen Mächten dieser Erde. Verflucht sei er. Ich muss nachdenken. Ich werde diese Ratte des Innersten nach außen drehen. Das ist Kaushas Schuld. Ich habe die Trommeln ausgebessert. Was eigentlich die Trolle machen sollten. Darüber hat Kausha sich bei Aklash beschwert, der mich daraufhin eingesperrt hat. Jetzt bessert Kausha die Trommeln an meine Stelle aus. Dafür muss Kausha bestraft werden. Erst in die tiefsten Tiefen, wo die Trolle sind. Geht dorthin und tötet seine Trommler. Während ihr das tut, werde ich darüber nachdenken, wer den Schlüssel zu meiner Zelle hat. Darf ich den umbringen, bitte? Ich will nicht noch mal hin. Ich bin hier weg. Jetzt. Ich mag die Questreihe nicht. Ich weiß, dass ich da hin wollte. Ich habe halt einen Drang dazu, alles, was ein Quest gibt, zu machen. Ich habe da echt... Das ist ein Problem von mir. Es gibt mich sonst in den Fingern. Da will ich hier aber keine Zeltferne alleine reinkriegen. Ich bin hier sehr dankbar für deine Hilfe. Ich mache es mit dem Humpen Bier im Tänzenden Pony wieder gut. Fingerabhakenproblem gelöst. Nicht die armen Finger. Das Schlimmste ist einfach, dass so mein komplettes Inventar einfach mal so sieht. Kann ich da irgendwas irgendwie... Hier, das Essen brauche ich aber nicht. Natürlich, das habe ich schon. Wie viel Schrott wollen sie im Inventar haben? Erb. Ja. 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 Weil, das letzte Mal. Hier, den habe ich doppelt. Raus damit. Was ist damit? Was ist damit? Ich hab's gleich. Ich hab einfach nur so 30.000 Rezepte hier. Es ist jetzt irgendwas dazugekommen. Der Entschlieder. Juhu! Ich hab sie 45. Okay. Das muss ich noch ein bisschen aufbewahren. Oh, ja schön. Die 45. Ein Ziel schon mal erreicht. Nächstes Ziel, Bilbesdorf abschließen. Die können froh sein, dass die Musik hier drin cool ist. Die können froh sein, dass die Musik hier drin cool ist. Oh, Pharmax. Schon wieder. Mensch, wie oft hab ich dich denn jetzt schon getötet? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Was ist da? Hm, was ist denn? Eben, als du mir nur zugesehen hast. Also nicht das Mal, sondern das Mal davor. Wo wir eben das fünfte Mal gefühlt darüber gegangen sind. Da hab ich ihn einmal getötet. Da hast du gewartet. Dass ich ihn erledigt hab. Sag mal! Ich zeig's dir dann im Video im Nachhinein. Ich kann's beweisen. Ich hab das Videomaterial. Das war doch der beste Läufer hier, Pharmax. Ich töte nicht viel. Aber das, was ich töte... Ja. Äh, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Jetzt kommt der Videoschiedsrichter, ja. Videombeweis, Videombeweis. Wir warten jetzt alle auf dem Videobeweis. Es dauert nur ein paar Stunden nach dem Stream. In drei Jahren kommst du dann mal in den Best-of, dass ich alles abgearbeitet hab. Der epische Kampf gegen Pharmax. Den besten Läufer von Mittelerde. So, das kann weg. Ich hab ja schon wieder drei. Wie viele Rezepte wollen sie? Ja. Oh, das letzte hab ich noch nicht. Du brauchst aber auch einen Kill-Counter von Müller. Das ist ja unfair! Du hast sowieso die meisten. Da brauch ich keinen Kill-Counter. Das weiß ich sowieso schon. Das ist doch ganz klar. Ganz bekannt. Habe ich hier doch irgendwas, was ich rausschmeißen kann? Das hier schmeißt jetzt raus. Warum habe ich mir diese Dienstsachen da nicht reingepackt? Da könnte ich mir das zwischendurch verkaufen. Gott, ey! Was ist das eigentlich? Ist das nicht möglich, okay. Packe ich aber die Sachen hier raus? Leipzela hab ich nicht. Die packe ich auch mit raus. Das packe ich auch mit raus. Das packe ich ebenfalls mit raus. Da hab ich schon alle von. Da hab ich auch schon alle von. Da hab ich auch schon alle von. Ich sag ja, das ist wie bei Legolas und Gimli, nur mit dem Unterschied, dass es hier diesmal eindeutig wäre. Ich hab sicherlich nicht die meisten Kills. Noch nicht jedenfalls. Was ich brauche aber auch wirklich eine Ewigkeit, dass der Zauber gewirkt hat. Bis es überhaupt durchgeht. Ich spiele hier in Rune so gerne. Ich will auch gar keine andere Klasse mehr spielen, glaube ich. Ich hab mich ja schon so auf den eingeschossen. Alter. Warum so? Hauptmann ist toll. Ich weiß gar nicht. Den Hauptmann habe ich bisher nur bis Level 10 gespielt. Uh, eine Erdhaufen. Ihr setzt einen Ohrkopf auf die Spitze und steckt sie in den Boden. Okay, das hab ich schon mal. Fehlen nur noch Trommler in der Tiefe. Besiegt Höhentol Trommler. 0 von 6. 0 von 6. 1. 0? 0? 0. 0. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist einfach falsch Ach ja Es wäre ja auch zu einfach, wenn es direkt um die Ecke wäre Ohne Scheiß, ich frage mich, wie viele Ebenen das Ding überhaupt hat Wahrscheinlich zu viele Oder, ich frage mich, wie viele Ecke? Ich frage mich, wie viele Ecke, wie viele Ecke sind wird moria auch so schlimm oder ist moria besser weil ich habe mir ja sagen dass das moria auch so sehr verwirrend und verzweigt sein soll ist das dann ähnlich wie hier oder anders ich habe ja noch ein bisschen zeit ist moria aber trotzdem ich glaube ein rang noch da kann ich auskaufen ja 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 Mal raus. Ich weiß quasi, wo ich denn war. Alles gut. Das kann einmal raus. Ich nutze die Zeit, damit ich mein Inventar hier... Ich muss die Aufgabe kundscheinlichen Brunnen-Schluchten erledigt haben. Ja, okay. Kann ich einfach mal benutzen. Kann ich alles auch nicht benutzen. Warum habe ich das doppelt? Ne, das will ich auch nicht haben. War das nicht. Kann ich nicht haben? Auch nicht zumindest. Das will ich auch nicht haben. Das will ich auch nicht haben. Das will ich auch nicht haben. Das Ding kann ich bestimmt für Ruf wieder weggeben. Alles gut. Wir kriegen es schon irgendwie hin. Ich muss nur wissen, wo die... Ein- und auskriegen sind. Warte mal. Kinoos Graustein. Oh Gott, ich hoffe, ich habe es dir nicht ausgesprochen. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir auf jeden Fall. Ah, okay. Okay, ihr kennt euch. Ihr kennt euch. Hahaha. Ah, schön. Verloren im Bilbesdorf. Wollte ich von dem Mama machen. Machen. Graustein reicht. Okay. Super. Dann dir auf jeden Fall einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, du hattest einen tollen Wochenstart. So her. Wie gesagt, ich nutze die Zeit gerade mal kurz um mein Inventar hier einmal. Ganz ehrlich, die 50er plündere ich trotzdem einmal. Kann ich ja für Ruf brauchen. Ich wiederhole nochmal, wie viel wollen sie in ihrem Inventar haben. Ich kann sonst auch gleich gucken, ob ich es alleine finde. Irgendein Ausgang wird schon dahin gehen. Auch weg. Wir sind beide verloren. Verloren in einem elendigen Dorf. Ich bin auch so ein Cracker. Ich bin auch so ein Cracker. Und auch wenn ich sie hier wahrscheinlich nicht brauche, zieh mir die Tränke immer rein. So, Inventar ist minimal aufgeräumt. Minimal. Ich kann was töten. Purer Verzweiflung töten wir. Ich hole dann mal auf mit den Kills. Ja, alles gut. Noch jemand, der so viel Twinks hat wie ich? Wenn der Helfer nicht helfen kann, hilft ein anderer Helfer, ein anderer Helfer. Oh Gott. Oh. Schön. Warte mal, dann tanzen wir einmal. Dieser Tan. Mein Turm-Turm ist halt nicht aktuell. Oh, alles gut, alles gut. Ah, mein Essen. Was ist denn da Schönes gezaubert? Oh, riecht das lecker. Ja. Hi, ich will es. Und wie ist das? Mhm. Mega lecker. Oh. Ja. probieren darfst du wir auch so was fünf gänge menü oder fünf gänge menü mit frischem bier aber frisches mit frisches bier frisch gezappt und weil es so schön ist komme ich mit einem roni auf level 50 nicht mit meinem jäger level 50 ist ja immer bezeichnet ok juhu und runi begleiter ok die ganze verhalten die die gönig herrott die gönig ihm ich glaube ich habe immer gleich und legt sich nackt auf den tisch und über gießt sich mit nein 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 das sieht aus wie ein zombie oh man danke mein schatz wie lange bist du noch wach ok muss ich ja noch was geben das fünfte ich gänge an das fünfte binne mini das fünfte binne mini was macht man damit essen decken schlucken meißen oh gott so machen dass sie meißen jetzt macht er sich zum affen nicht ich danke ach ja wo bleibt kaya naja wegen gesang das fünfte bin ich nicht mehr gelevelt wurde juhu Äh, jep, warte. Äh, warte. Nein, okay. Huch, Entschuldigung. Aber verklickt. Warte. Ich hab's gleich. Ja, hab ich schon, hab ich schon. Ich hab's eben, äh, überlesen. Warte, guck. Oh Gott. Lecker ist. Und das Pilze? Kämpf mal von der Seite. Natürlich, Froschers. Natürlich. Ja, natürlich. Ich hab's jetzt över. Ja, natürlich. Er Porque. Er. so kurz ein bisschen was im Magen gehabt damit ich euch jetzt nicht alles furcht schmatze ach ja hab ich schon mal erwähnt, dass ich froh bin wenn wir hier wieder raus sind bis zum nächsten Mal